Das mit den bretonischen Dienstmädchen ist vorbei, meine Liebe. Heute haben alle Spanierinnen im Haushalt. Der Aufzug ist für die Herrschaften. Sie nehmen die Hintertreppe. Unserem letzten Mädchen haben wir 250 Fron gegeben und ich habe beschlossen, dass ich... 400 Fron. 400 Fron? Sie sind ja wahnsinnig. Ich verlasse mich auf Sie, dass alles makellos ist. Sie leben in winzigen Kammern? Wo ist das Waschbecken? Waschbecken? Ohne Heizung, ohne fließend Wasser. Du machst dir sonst nie Gedanken um andere Menschen und plötzlich erwärmst du dich für spanische Dienstmädchen, also... Guten Tag, Mischofel. Ah, guten Tag. Für Jean-Louis bin ich immer noch ein Mädchen vom Land. Dabei liebt er alles. Alles Funkelnde. Die Pariserinnen, die Eleganz. Ich habe mich geirrt. Sie sind nicht wie die anderen Patronis. Ich sag doch, ich war Essen bei den Spanierinnen im sechsten Stock. Hör jetzt auf mit dem Blödsinn! Glaubst du, ich weiß nicht, was da läuft? Er macht mich... Didi in Berlin. Ich courte mich zum Haus. Ich habe Hugoill.